Wandern bietet sich hier oben auch an der Landgemeinde Großbreidenbach wunderbar an. Es gibt hier herrliche Wanderwege mit dem Kräuterwanderweg, mit dem Wurzelkortweg, oben auf den langen Berg. Aber auch andere Dinge hier in der Landgemeinde Großbreidenbach, gerade die politische Gemeinde, sind durchaus interessant und haben mich die letzten Jahre auch schon bewegt. Zum Beispiel in diesem Jahr hätten wir gerne 650 Jahre von vielen, vielen Orten hier oben gefeiert, von Herrschdorf, von Böhlen, viele Orte, Friedersdorf, die 650 Jahre in diesem Jahr begangen hätten. Wir haben dafür auch schon ordentlich Fördergeld akquiriert, das war meine Aufgabe am Ganzen. Leider müssen wir das jetzt auf nächstes Jahr verschieben, aber auch dann werde ich mich natürlich wieder dafür einsetzen. Sonst ist die Region auch wirtschaftsstark. Auch hier habe ich schon viele Firmenbesuche gemacht, ob das Wiegand-Klaas ist, was man ja überregional kennt, oder eben auch andere Firmen, gerade technische Firmen, die Metallverarbeitung machen, sind auch sehr stark, Kunststoffverarbeitung. All das gibt es in Großbreidenbach und Umgebung. Und auch da habe ich mich bereits stark eingesetzt. Und die Feuerwehr ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine Standortfeuerwehr in Großbreidenbach, die sich gerade auch im Waldbrand in Plauer sehr stark eingesetzt hat, die eine Höhenrettungsgruppe hat. Und auch da war ich schon häufig zu Besuch, weil mich wirklich bewegt, dass die Kameraden dort auch bestmöglich ausgestattet sind. Heute war ich mit euch unterwegs, von Allersdorf bis Altenfeld, von Böhlen bis Großbreidenbach und in den letzten Videos habe ich euch meinen Wahlkreis ein bisschen gezeigt und das, was ich für die Region tue. Es ist jetzt in den letzten fünf Jahren schon sehr, sehr viel gewesen. Ich habe mich versucht, in allen Bereichen einzubringen und ich glaube, wir konnten schon vielen Leuten auch helfen. Das ist so umfänglich, dass wir das natürlich in diesen Videos gar nicht so darstellen können. Deswegen empfehle ich euch einfach einen Blick auf meine Webseite www.andreasbühl.de. Dort findet ihr noch viel, viel mehr Informationen zu dem, was ich für die Region schon gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.